. Geht halt schon extrem ab. Die On-Tour. Das Warenleben. Non-Stop-Partys. Und man sieht etwas von den Städten. Es pulsiert. Es ist immer etwas los. Mittlerweile interessiert sich halt hier ein riesiges Publikum für das, was ich mache. Gut, man kann fast nicht mehr auf die Strasse. Darum habe ich nicht so gearbeitet. Rock'n'Roll halt. Was ist denn das genau, was du machst? 1, 2. 1, 2. Ich würde sagen... ...ein Diabe. ... 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